Wolle. Wenn man nur einen einfachen Apparat hat, wo man so wie oder so was machen kann. Der Finger ist ja viel lebendiger und der kann so was machen. Da kann man viel mehr Bewegung machen und da kann man noch extra sagen. Natürlich noch ein bisschen. Ich baue nicht mal ein bisschen. Nein, ich konnte ja machen. Und mit dem Zutat klappt dann auch noch ein paar schöne Sachen ausgefügt. Also, das war dann immer noch ein bisschen. Gut da. Gut da. Ich kann schon sagen, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen. Ich kann schon sagen, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen. Ich kann schon sagen. Ich kann schon sagen, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen. Ich kann schon sagen, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen. ... ... Musik 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 19... 22... 23... 27... 29... Mensch, der macht ja eine Krise wieder. Ander durch. Das ist immer den Dick, den der hat. Das wird noch mal nicht klappen. Komm. Kontraktion. Ja, viel geringer wie beim anderen. Glauben Sie? Ja. So, jetzt haben wir ihn soweit. Die Hälfte von ihm ist hier. Die andere Hälfte, die ist in der Vergangenheit. So, das ist ja sehr schön. Dieser erste Teil ist ausgezeichnet gelungen. Jetzt müssen wir hier bloß lange genug... Ihr fragt ja ganz verirrt. Ja. Wir müssen ihn ein bisschen zurückhalten. Können Sie bitte den Hebel auf sieben Zehn strechen? Sinds A, das Wesen C. A, das Wesen C. Ich bin ein bisschen zurück. Die Hälfte von ihm ist weg! Die Hälfte Franken-Lichter. Die Hälfte, die die Moore bei der Zürich! Die Hälfte der Verstechen-Lichter. Die Hälfte des Erachträts. Die Angelegenheit und die Angelegenheit wurden in der Frise. Die Angelegenheit war die Geschichte der Erfolge des Erfolge des Erfolge. Die Begare wurde mit den Wutte für Gebet und sie wurde nicht mehr verletzt. Niemand hat sich in den Stärken zu erinnerst. Das war die Angelegenheit, die in den Schöneigen zu sehen, in der Schöneigenheit wurde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.